Hallo und herzlich willkommen hier am Eingang zur Bereichsbibliothek Architektur und Kunstwissenschaft der TU Berlin. Die Bereichsbibliothek Architektur und Kunstwissenschaft befindet sich am Ernst-Reuter-Platz im Flachbau des Architekturgebäudes. Dieses wurde vom Architekten Hans Scharun entworfen. Folgen Sie nun unserer Studentin in die Bibliothek. Der Eingang befindet sich auf der ersten Etage. Im Eingangsbereich stehen Körbe für Sie bereit, damit Sie alles, was Sie in der Bibliothek benötigen, bequem mitnehmen können. Auch Getränke, Snacks und Jacken dürfen Sie mit in die Bib nehmen. Für alles weitere gibt es Schließfächer. Direkt am Eingang ist die Servicetheke. An dieser können Sie Bücher und andere Medien ausleihen und zurückgeben. Zudem helfen wir Ihnen gerne bei all Ihren Fragen. Auf der unteren Etage finden Sie außerdem Bücher aus dem Bereich Architektur und verwandten Fachgebieten, wie zum Beispiel Bautechnik, Städtebau und Gebäudelehre. Hier noch ein Tipp für TU-Studierende. In der Lehrbuchsammlung gibt es Grundlagenlektüre in großer Zahl. Diese sind nur für TU-Angehörige ausleihbar. Wir haben viele verschiedene Arbeitsplätze. Auf dieser Etage ist das Arbeiten in Gruppen möglich. Stellen Sie sich die vorhandenen Möbel gerne für Ihre Gruppengröße zusammen. Ebenfalls auf dieser Etage stehen die Zeitschriften. Diese sind alphabetisch nach dem Titel sortiert. In der Zeitschriftenecke finden Sie die aktuellen Zeitschriftenhefte. In den Regalen dahinter befinden sich ältere Jahrgänge in gebundener Form. Auf der oberen Etage stehen unter anderen Bücher zu KünstlerInnen, zur Topografie und zur allgemeinen Kunstgeschichte. Jedes Thema hat eine hauseigene Aufstellungssystematik aus Buchstaben und Zahlen, auch Klassifikation genannt. Diese können Sie an den Regalen und auf unserer Webseite finden. Diese Etage bietet viele Arbeitsplätze zum stillen Arbeiten. So finden Sie immer einen Ort zum Konzentrieren. Falls Sie Ihre Arbeitsmaterialien und ausgeliehenen Bücher einschließen möchten, können Sie sich einen Bücherwagen ausleihen. Zusätzlich haben wir auf jeder Etage ein Bücherdepot. Hier können Sie aktuell genutzte Bücher, welche noch nicht ausgeliehen sind, für einige Tage ablegen. An unseren Scannern gegenüber der Servicetheke können Sie kostenfrei einzelne Ausschnitte von Büchern, Zeitschriften oder anderen Medien scannen. Wir unterstützen Sie gerne während Ihres Studiums und darüber hinaus. Sie erreichen uns vor Ort, im Chat, per E-Mail oder telefonisch. Wir hoffen, wir treffen Sie bald in unserer Bibliothek.